herzlich willkommen eure freunde heute gehen wir in die hochblock hallen und wir sind bald wieder beim boss angelangt letztes mal haben wir die feuerschmiede noch mal gemacht diesmal halt die hochblock arkaden erhallen sieht echt schön aus hier hier will ich auch gern leben in dem schloss aber nur wenn es da gutes wlan gibt sonst lieber nicht seien die haben einen pool dann könnte ich da auch gut aushalten ja pool oder internet also gutes internet dann würde ich mich für den pool entscheiden denn internet kann ich später immer noch dann egal leute egal egal wir kämpfen jetzt hier uns wieder durch hier sind überhaupt keine das sieht aus wie eine falle wir machen wollen jetzt okay oh gott ich hab kurz nicht a geduld ja mach den weg danke oh gott die haben das echt überlebt die haben das wirklich überlebt ich weiß auch gerade gar nicht in welchen bogen ich dabei habe das ist schon etwas her als ich das letzte mal hier gespielt habe aber wir gucken mal okay es ist der schnelle boot okay der schneller schneller der der schnelle boot ist natürlich sehr gut so du gehst erst mal weg und da kann ich gegen dich ja wäre auch liebend gerne etwas schneller oh gott oh pfeile sind immer gut ja hier hatten wir damals ein geheimnis entdeckt dass man hier ein schild antippen konnte und dann öffnet sich da was cool oder ja sehe ich auch so ich weiß nicht mehr ich weiß echt nicht mehr was da war überhaupt äh äh geh mal hier rein was war das nochmal ach ein kleiner raum ach stimmt da war irgendwas drauf aber ich weiß nicht mehr was ich weiß nicht mehr was ja hier ihr seid eingefroren und weg mit euch oh gott so uh okay ich muss mal ganz kurz weg so und weg mit dir danke und du auch weg so so maria was hast du hier ist schon mal nichts stürme die party ja ja das mach ich ja gerade sonst mal da bin ich dabei äh ach hier oh lass mich mal hier hui oh blitz sehr gut sehr gut und weg oh gott er hat mich irgendwie angezogen so super so Pfeile Pfeile immer einsammeln Leute damit wir am Ende nur noch spammen müssen oh Geschwindigkeitszeuge ist eigentlich ganz gut habe ich jetzt aber zu spät gelesen so runter mit dir so ach guck mal ich treffe ihn da immer noch nicht immer noch das ist doch gut oh jetzt nicht mehr jetzt aber ach da ist noch einer oh gott hier blitz und weg weg mit dir noch lange nicht sag mir erst wie alt du bist 5 richtig wow du kannst so gut machen so und weg mit euch und dir danke was für die warme gerade ok dann gehts weiter dann gehts weiter weiter in die Burg hinein was mag hier wohl Verstecki sein oh Pfeile sehr gut oh gott aua die Pfeile würde ich ganz gerne aufsammeln und dann erst mal den da und dann euch hier oh gott raus da so weg mit euch so dann kurz ein Rückzug denn meine gesundheit steht ja auf dem spiel oh da leben immer noch ziemlich viele machen wir mal ein blitz und warten mal eben bis wir hier wieder heilung haben so super dann können wir wieder aufsieben mit gebröll ja sehr gut achso dachte ich hätte noch dings so weg mit euch weg super wir gehen noch eben hier wie viele geheimnisse gab es hier ok paar ein paar hier ist aber nichts ok kann ich mit leben kann ich mit leben so hier können wir nochmal die Rakete hier ausrüsten die aber für den Raum eigentlich unnötig wäre weil hier ist fast nichts da können wir nichts machen an den bildern doch hier bestimmt oder ne ok auch nicht na gut dann gehts weiter dann gehts weiter da einmal hier die leben ja fast alle noch weg mit dir dankeschön oh cooles pferd ich glaube das habe ich schon mal gesehen weg mit dir ok was haben wir hier unten hier haben wir nur eine vase ok da 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 wie lange ist das eigentlich her bis wir den Dungeon hier mal gemacht haben ist bestimmt auch schon zwei Wochen her oder circa es kommt doch nicht jeden Tag mein Kopf Dungeons aktuell deswegen oh da ist der richtige Weg hätte ich ganz gern noch die andere Kiste ist die hier oh hier ist zumindest eine ah TNT ok jetzt habe ich den Schattentrank bekommen ja den brauche ich natürlich auch da boah 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 das hat sich gelohnt Leute ist das jetzt schon der erste Gegner ich glaube schon ne ja aktiviert sich nichts ich glaube ich muss erstmal da reingehen so jetzt so ich mach mal mal hin oh ich glaube das war ein bisschen zu früh nimm mal sicherheitshalber den Trank ja weg mit dir sehr gut sehr gut und du auch weg Schnelligkeitshalt Schnelligkeitshalt ist normal so ja und und meine gegen die es geht eigentlich noch völlig klar tatsächlich ja ja der ist tatsächlich ein bisschen heftiger als der anderen vielleicht so ne lass mich mal bitte vorbei danke so und weg mit euch dieser Zauberer da hinten ne ach nervt der mich kann mich nochmal heilen hallo hallo Leute so so Herr Zauberer sie sind jetzt erstmal weg so wie die da so und dann oh Gott damit hab ich jetzt nicht so oh cool ne Rüstung und nen Bogen das war nicht ganz ganz so cool aua das tat weh ha 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 ich liebe diesen Stab Leute ich liebe ihn so hier nochmal Stab super oh Gott ok so weg weg mit euch Magier weg du weg und du weg super ach das ging doch wir haben Schnürchen und wir haben 300 Pfeile ey geil 300 für den Endkampf gleich so super ok ok so ein Geist und ihr habt da eh nichts hier groß 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 zu leisten ne oh Gott und weg mit dir super oh oh hat ja eine Kiste und eine Seelenrobe die scheint ok was macht die denn 110 50% Schadensverstand oh oh lala lala also ich würde schon fast sagen ne das ist schon geil dann musst du leider weg so lange du voller Gesundheit veröselst du höheren Fähren und Nahr kaum Schaden ok auf jeden Fall hier Freiheit und dann Schutz super cool 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 jetzt machen wir noch mehr Schaden wenn wir volles Leben haben wenn wir volles Leben haben ja mal gucken ah hopp bringt mir durch ach wir haben nicht mal volles Leben stimmt 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 ja oh Gott ich war fast runtergeplumpst aber nur fast so na komm jetzt können wir mal Leben hier füllen oh Vorräte heißt der finale Kampf wahrscheinlich 453 Dinger habe ich jetzt hier ah hier sind wir auf dem Marktplatz stimmt stimmt dann sind wir jetzt etwa bei der Hälfte glaube ich aber ja Zombies sind halt ne Zombies und Skeletons weg mit euch und weg mit dir so dann ist die Fra- oh dann Schaden gekommen ist natürlich nicht ganz so nett aber naja Leute 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 einfach nicht ich habe ich habe keine Ah auf der auf der Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Der macht auf jeden Fall mehr Schaden als früher. Oh Gott, aua, aua, aua! Blitz! Blitz! Komm, komm, komm! Mach ihn jetzt fertig! Sehr gut, sehr gut! Level Ausstieg, das ist auch wichtig. Oh! So, den haben wir. Und dich haben wir auch. So Edgar, bleib mal stehen hier. Wo bist du hingelaufen? Da bist du. So, gib mir mal einen Bogen. Okay, Bogen ist ja besser. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken an den Enchantments. Dann können wir ja eigentlich auch wieder rausgehen. Und, tschüss, Leute. Oh, ich beziehe ich noch. Vielleicht krieg ich ja hier was cooles. Nee. Ja, ja, tschüss. Sehr gut. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier. 68. Oh, du bist besser. Oder, was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte, ich bin mal ganz klein gucken. Nee. Ich glaube, ich gehe heilt den erstmal. Ich glaube, was ist hier denn jetzt los hier? Okay. Okay. Von mir aus könnt ihr jetzt hier alle eine Klatsche bekommen. Okay. Von mir aus. Wollt ihr auch noch hochkommen? Mein Gott, ey. Und meine Bogen. Den nehme ich auch gerne an. Ist aber ein bisschen schlechter. Und dann mache ich hier mal eure Tische kaputt. Denn, so gehört sich das ja her. Ich weiß eigentlich, seid ihr ja hier nur die Slamen. Ich wollte euch auch nicht hier verletzen, ja. Aber, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich greife mich einfach so an. Aber ich wäre auch sauer, wenn ihr mein Essen kaputt machen würdet. Das stimmt auch. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. So. Gehen wir mal weiter hier. Zum nächsten Happen. Oh, eine Wache ist hier. Die Wache ist aber schnell weg. Ach man, du kleines Ding. Geh weg. Und weg mit dir. Und da hinten. Oh. Können wir kein TNT machen. Denn das bringt gar nichts. So. Sehr schön. So, hier. Weg. Weg mit dem Dreck hier. Och. Nerven mich gar nicht. Du komisches Ding da. Mann, 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 Mann. Okay. Dann. Gehen wir erstmal zu dem Typen da. Machen wir. Weg mit nem Blitz. Heißt der schon. Ach Gott. Fernkampftypen. Ich weiß. Ich weiß. Ich kämpfe auch am liebsten mit Bögen und sowas. Aber ihr habt dafür ja unendlich Pfeile und ich nicht ja. Ist das nicht unfair? Also ich würde das ja schon als unfair bezeichnen. Weil ich muss hier meine Pfeile aufsparen für den wirklichen Feich. So. Und meine Feuerwerksrakete ist mittlerweile so schlecht, dass ihr echt ein neues Artefakt dafür braucht. So. So. Oh. Komm. Weg. So. Hier. Bitteschön. Oh. Oh. Apfel. Dankeschön. Reiche den Thronsaal. So. Super. Loschentrag. Sehr schön. Und die auch weg. Dankeschön. Danke. Du willst auch noch kämpfen und du auch. Okay. Von mir aus. Bitteschön. Bitteschön. Habe ich doch gerne gemacht. So. Oh. Oh. Hier sind schon mehr. So. Und Pay. den Apfel nehme ich mir aber noch. So. Dankeschön. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Hier. Da ist auch noch hier. Sehr, sehr gut. So. Kommt her. Oh Gott. Ich krieg von oben wieder. Breitschlag hier ab. Und weg mit dir. Na kommt. Kommt ruhig hoch. Oh Gott. Diese Dinger da ne. Die machen aber echt guten Schaden. Diese. Bogen. Heilen. Mal weiter wegs. Äh. O ne. Für euch brauch ich jetzt noch kein. Ding. Euch krieg ich nur so weg. Ihr seid noch keine Liedner. Danke. Ach, gegen euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh, wollte ich nicht nach unten. Sorry. Hat sich so ergeben. Ach, ich muss hier unten her. Okay. Dann, dann wollte ich hier doch nach hier unten. Oh, 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 oh. Okay. Sie halten echt ein bisschen mehr aus. Ach, die mehr ist nicht mehr hier. Ach, du weißt das gar nicht. Okay. Dann weißt du es halt nicht. Macht nichts. Ich muss nach oben. So. Aber, aber. Sehr schön. Ja. Da, 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 da. Okay. Okay. So, die haben mich da nicht gesehen. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe da draus springen und getötet werden. Ich, 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 ich. Okay. So. Äh, ich mach mal Blitzy. So. Okay. So. Dann werde ich jetzt so kämpfen. Wir haben so viele Pfeiler, können wir hier auch was machen. Ach, was ist da? So, das waren schon alle? Ne. Da ist ja nur einer. Ja. Wir müssen nach da, ne? Ja, da ist aber auch nichts anderes. Okay. Okay. Oh. Ja, danke. So. Oh Gott. Da können wir noch paar. Paar Gegnerschen. Hallo, Leute. Ich bin's. Ich bin wieder da. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mich alle so vermisst habt. Ich geh mal weiter, ne? Ich geh mal weiter. Vorräte. Sehr schön. Sehr schön. Oh, über 100 Pfeiler. Das ist doch... Wow. Wenn das nicht mal cool ist, dann meine ich auch nicht. So. Euch kümmere ich mich doch gerne hier. So. Macht Platz für den wahren König. Guten Tag. Der Erz-Villager. Mhm. Hi. Okay. Oh Gott, ich muss mal irgendwo anders hin. Vielleicht hier hin. So. Gib mir die nächsten. So. Da haben wir welche. Bitteschön. Super. Waren das alle hier? Ich glaub nicht. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo noch. Da. Da haben wir mal welche. So. Bitteschön. Und. Wir werden den da wegmachen. Und dahinter war mal einer. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Quatsch. Ha 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 ha. Boah, ich bin richtig schnell damit. Okay. Echt cool. Echt cool. Hier hinten müssen wir jetzt auch noch ein paar haben. Ja. Aber ist auch kein Problem für uns. Noch mal ein paar Pfeile hier gesnackt. So, weg mit dir. Ah, Pfeile. Oh Gott. Hu 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 hu. Oh. Okay, weg mit mir durch. Da. Takt drauf und das ist die Eisenfahrt. Und weg mit dir. Hallo Magia. Ich glaub du warst nicht der Letzte. Okay. Das ist auch ein paar hier. Ich scheibe. Ich scheibe. Ich scheibe. Ich scheibe. Ich scheibe. Ich scheibe. Oh Gott. so, auch immer noch das ist ja jetzt hier langsam echt lächerlich, oder? weil ich schaffe es natürlich auch so hier die ganzen oh Gott, aua ist halt weh ich möchte es ganz gerne umbekehren, danke so, der ist auch weg oh, jetzt noch ihr hier Levelaufstieg, auch cool und weg mit ihr so, oder um, ist neiner ja, danke schön danke schön das jetzt nicht nachhält er darf nicht entkommen oh, einmal strecken ja, cool haben wir da viele coole Sachen bekommen nur leider nichts, was wir gebrauchen können vielleicht bisschen schwächer stark aufgeladen Ferneangriffe, ja das wird halt zu selten vorkommen Stab ist schlechter okay, dann machen wir nochmal wieder wie viel Geld habe ich? fünf fünf können wir machen eins zwei drei vier ich weiß nicht, das war ein Sitz ich kann zählen, Leute äh, ist er besser? ach, den haben wir gar nicht ach, hier, die Feder haben wir ausgerüstet stimmt die haben wir ausgerüstet genau, cool, Leute dann würde ich sagen wir sehen uns dann nächstes Mal im Kellergeschoss wieder bis dann euer Kamito haut rein und ciao